Hallo zusammen, ich bin Helena vom USG Heidelberg. Ich spiele in der zweiten Bundesliga Basketball und durfte Teil der 96er und 97er SG Südwestauswahl sein. 2021 startet wieder die Grundschulliga in Baden-Württemberg und bleibt alle am Ball. Ich habe noch eine Übung für euch, und zwar die sogenannte Spinne. Die meisten von euch kennen es vielleicht schon. Ihr macht immer zwei Kontakte vor den Beinen und zwei Kontakte hinten rum. Das sieht so aus, zweimal, zweimal. Das könnt ihr erstmal ganz langsam machen und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid drin, könnt ihr auch ein bisschen schneller machen und so weiter und so fort. Und am besten irgendwann den Kopf hoch. Bleibt am Ball.